Wir gehen zur Schule! Alex und Dascha sind bereits fertig! Guten Morgen! Guten Morgen! Schön hier! Behalten wir uns, um die nächsten Schüler abzuholen! Ich glaube, ich sehe Steffi! Guten Morgen, Steffi! Guten Morgen! Ich bin bereit, zur Schule zu gehen! Steffi! Steffi, hallo! Hast du etwas vergessen? Oh, meine Schultasche! Jetzt bin ich bereit! Komm rein! Hallo! Noch zwei weitere Schüler! Ich bin bereit für die Schule! Cool! Es ist Vanya! Guten Morgen! Hallo, Vanya! Du kannst reingehen! Wir sind spät dran! Eine weitere Schülerin wartet! Hallo! Hi! Ja! Wir gehen zur Schule! Oh, ja! Es scheint, dass Vanya sich verspätet hat! Wir müssen ohne sie fahren! Kinder, vergesst nicht, euch anzuschnallen und die Fahrt zur Schule zu genießen! Juhu! Hooray! Schau mal, was für Flugzeuge ich habe! Cool! Wow! Ich habe auch mein Flugzeug! Cool! Das habe ich auch! Mal sehen, wessen Flugzeug der schnellste ist! Ja! Wer hat das geworfen? Oh! Ups! Oh, 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 oh! Kinder, ihr müsst euch an alle Sicherheitsregeln im Bus halten! Deshalb sind Flugzeuge verboten! Okay! Ich habe etwas anderes! Was? Schleim! Was ist das? Das ist mein Schleim! Ich habe den Schleim! Ich habe auch Schleim! Ich habe auch Schleim! Schleim! Viel Schleim! Oh, ja! Und das ist mein Schleim! Wow! Leer! Ich brauche das nicht! Oh, nein! Leute, ihr verschmutzt den Bus! Das ist verboten, okay? Der Bus muss sauber bleiben! Tut mir leid, ich werde es nicht wieder tun! Ich kann in diesem Bus nichts Lustiges machen! Es ist langweilig! Aber ich habe eine Idee! Schlafen? Das ist nicht lustig! Lass uns Verstecken spielen! Ja, lasst uns spielen! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Los geht's! Leute, die wichtigste Regel im Bus ist, dass man die Sitze nicht verlässt, während der Bus fährt, okay? Okay, okay! Oh, ich glaube, ich sehe schon die Schule! Ich bin bereit, Herr Lehrer! Steffi, kann ich das auch haben? Ja! Ein Dinosaurier! Kinder, stopp! Fangen wir mit dem Unterricht an! Okay! Okay! Welches Geräusch macht dieses Tier? Au! Au! Nein, 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 das ist kein Wolf, das ist ein Hund! Wau, 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 wau! Wau, 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 wau! Stopp, stopp, stopp! Alle mal Ruhe! Kommen wir zum nächsten Tier! Das ist ein Löwe! Welches Geräusch macht er? Ich weiß. Richtig. Das ist eine Kuh. Und wie macht eine Kuh? Lasst uns etwas Mathe machen. Steffi, eine Banane plus eine Banane ist gleich... Zwei Bananen. Gute Arbeit. Dascher, zwei Äpfel minus ein Apfel ist gleich... Drei. Ja, du hast recht. Falsch, 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 falsch. Nicht drei. Dascher, dascher. Zwei minus eins ergibt eins. Eins. Ja, dieses Mal hast du recht. Eins. Vanya. Eine Ananas plus zwei Ananas ist gleich... Drei. Du hast es immer richtig, Vanya. Gute Arbeit. Und jetzt lass uns über Farben sprechen. Welche Farbe hat dieses Auto? Rot. Genau. Hm. Welche Farbe hat dieses Tier? Es ist schwarz. Es ist schwarz. Nein, es ist weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz. Weiß. Weiß. Schwarz. Weiß. Zebras sind schwarz und weiß. Ihr habt alle recht. Zebras sind schwarz und weiß. Und schließlich, welche Farbe ist... Die Stunde ist vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Tschüss, Dasha. Auf Wiedersehen, Steffi. Bis dann, Vanya. Wir gehen nach Hause. Du betrügst? Oh, no. Nein. Zeig mir deine Hand. Nein, 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 nein. Guten Morgen, Klasse. Eure Arbeiten. Oh, yeah. Okay. 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 Oh nein, oh nein, das ist kaputt. Wow, 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 wow. Bitte, darf ich mir einen Stift leihen? Hm, nein. Oh nein! Es ist an der Zeit, eure Arbeiten abzugeben. Gut, nice. Perfekt. Gute Arbeit, eins plus. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh oh. Nanya, sehr schlecht, eine 6 minus für dich. Oh nein. Nanya, komm an die Tafel. Ich? Hm. Oh ja. Herr Lehrer. Warn ja betrügt. Du betrügst? Nein. Zeig mir deine Hand. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Betrügen ist sehr, sehr schlimm. Oh nein. Es ist Mittagspause Woohoo! Juhuuu! Wow! 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 Oh, ja! Oh, nein! Oh, nein! Ich habe am Mittagessen vergessen. Oh, ja! Oh, ja! Darf ich? Darf ich? Natürlich nicht! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Der Unterricht ist vorbei! Wir sehen uns morgen! Ja! Endlich ist dieser Tag vorbei! Ich kann meine Party morgen kaum erwarten! Welche Party? Es ist meine Geburtstagsparty! Bin ich eingeladen? Natürlich nicht! Hey! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Nein! Nein! Hmm... Oh, nein! Wann ja betrügt! Darf ich? Darf ich? Natürlich nicht! Du musst freundlich sein und deine Freunde respektieren. Ja! Entschuldige, geh vor. Nein, du darfst du erst. Nein, du! Oh, oh! Oh, no! Du kannst meinen Stift nehmen. Ich will den hier nehmen. Okay. Vania, komm an die Tafel. Oh, nein! Oh, nein! Drei! Eins, zwei, drei! Aha! Wow! Ich will fertig! Fünf! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Aha! Ja! Ja! Das freut mich für dich! Ja! Ja! Setz dich! Es ist Mittagspause! Ja! Oh, nein! Ich habe wieder mal Mittagessen vergessen! Oh, nein! Du kannst meins haben! Dankeschön! Wania! Ich habe wieder mal Mittagessen! Wania, willst du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Ich? Ja! Denn du bist meine beste Freundin! Gut gemacht, Leute!